So, kannst du umdrehen? Ja, wie ich da jetzt eben auf dem Test habe, habe ich nicht sehr lange gelangen, also nur 2 Minuten 5, konnte leider nicht genau zeigen, was ich alles tun kann. Er startete und ich holte sie fälschlicherweise am Boden, wodurch ich dann eigentlich nicht auf einen Real Naked Show zur Aufgabe mitbezogen wurde. Ja, wie ihr alle gesehen habt, dass der Kampf nicht lange dauert. Ich habe eine Taktikale Fehler gemacht, ich habe sie untergebracht und dann habe ich mich gebetet. Und ich habe die Rückmeldung für einen Real Naked Show mitbezogen. Ich glaube, dass ich mich nicht verletzt habe, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich glaube, dass ich mich nicht verletzt habe, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich habe es ja noch nicht verletzt, aber ich bin nicht verletzt. Ja, wie ist der Gegner in der Türke? Vor dem Stand-up hatte ich eigentlich gar kein Bedenken. Ich hatte zwar zwei kassiert, aber ich kassiere immer mal eine und dann gebe ich zwei, drei andere zurück. Ansonsten Abuda natürlich hat sie mich gleich gesweept, von dem ich wirklich ziemlich gute Anfängerfehler gemacht habe und ihr somit eigentlich ein Ziel geschenkt habe. So in Stand-up, ich hatte keine Probleme mit ihr. Auch wenn ich ein paar Shots hatte, das ist mein Stile der Kampf. Ich habe immer ein paar Shots und dann habe ich zwei oder drei von mir zurück. Unfortunately, auf der Grund habe ich diese Positional-Mistate gemacht. Und ich habe sie die Victory-Mistate. Das war ein Rookie-Mistate und ich habe eine Chance. Ich bin so froh hier, die Erfahrungen gesammelt haben zu dürfen. Die Leute sind sehr freundlich hier, respektvoll. Man sieht wirklich, man schenkt den Freitag und den Respekt, den sie anerkennen und das ist ein hervorragendes Gefühl. Also wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar. Die overall Erfahrung war überwältigend für mich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ein Teil dieser großen Organisation bin. Sie haben mich so gut behandelt. Alle waren so nett und kind und respektvoll. Das ist etwas, das ich nicht genug zu stressen kann. Der Respekt, den sie an die Fighters payen, ist wirklich großartig. Ich fühle mich sehr willkommen. Vielen Dank für mich. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.